Roger Wilhelmsen, afghanische Reise Im Dunkeln höre ich den Gärtner, der die Veranda mit einem Reisigbesen fegt. Wenig später wird der Wagen der Müllentsorgung halten und aus dem Nebenzimmer dringt das Geräusch eines schleifend geöffneten Fensterladens. Das dreckige Licht, das durch den halb geöffneten Laden fließt, ist mit Nebel vermischt. Es ist feuchtes Licht. So war der Samstagmorgen am letzten Wochenende im Oktober. Ich sollte abends in Locarno auftreten, war aber schon am Vortag angereist, um meine Afghanistan-Reise im legendären Grand Hotel vorzubereiten. Drei Tage, bevor es vielleicht für immer schloss. Die Tage waren so sonnig, dass man im Mantel draußen sitzen konnte. Das Hotel lag riesig und düster da, die langen Korridore, die Salons und Kaminzimmer bereits ihrem Ende zugewandt, staubig und wie mit Firnis überzogen. Im Treppenhaus der größte Lüster der Welt aus farbig-zuckrigem Murano-Glas, die Knospen darauf wuchernd wie Tumore. An den Wänden dunkel patinierte Sehstücke und Stiche, die Möbel biedermeierlich über den verschossenen Teppichen mit ihren Sonnenkanten, auf den Deckenfresken in den Salons nackte Athletinnen geflügelt. Eine bleichhäutige Europa wird auf dem Stier ins Himmelblau gezogen, das auch schon grünstichig dämmert, hinein ins große Welken und Vergehen, das auch die Balkons draußen rissig und mosig hat werden lassen. Ich breitete die Reiseberichte auf dem Tisch aus. Robert Byron, Bruce Chetwin, Peter Levy, Nicolas Bouvier, Doris Lessing, William T. Vorman, Zaira Shah und andere, auch Fotos, Bildbände, einen Stadtplan, eine Landkarte, dazu die Schnappschüsse, die mir meine afghanische Freundin Nadia überlassen hatte. Die Schwestern in einem Garten in Kundus oder beim Volleyballspielen, Menschen, die lachend ihre Tracht tragend den Frühling begrüßten, Momentaufnahmen aus den glücklichen Jahren des Landes. Die Terrasse im ersten Stock schloss der Direktor noch einmal auf, damit ich dort einen letzten Kaffee trinken konnte. Nicht alle Läden waren noch intakt, nicht alle Fenster noch zu schließen, und die Speisen, die zum Frühstück gereicht wurden, hatten eine längere Lebenserwartung als das Hotel. Hier beginnt die Reise in ein Land, das erst vor wenigen Wochen wieder eröffnet hat, Jahrzehnte, nachdem es zum Abbruch freigegeben schien. Jede Reise beginnt in der Erinnerung, in der Wolke, die den Namen umhüllt. Afghanistan, umschwärmt von Rauch und Staub, umstellt von Bildern in Sandstein und Lapislazuli, von theatralischen Hochgebirgen und Steppen, von der Geografie der Gesichter, die Aposteln gehören könnten. Auch sehe ich noch die stürmischen kleinen Reiter auf den indischen Miniaturen, die ich als Kind wie eine Illustration der Fremde betrachtete, wo grimmige Mongolen und Turkmenen mit athletischen Afghanen in Reiterspielen kämpften. Frauen mit geschwungenem Liedstrich und eleganten Nackenlinien reichten Höflingen die Hand. Falkner waren da zu sehen, Pomeranzengärtner, afghanische Noble, rau, edel, stolz und unabhängig, mit dem Turban auf dem kahl geschorenen Kopf, so hieß es. Und dann der Hippietrail, auf den gut hunderttausend junge Leute aus dem Westen zogen, genährt von grünem und schwarzem Afghanen, später dann Heimkehrer mit verfilzten Haaren, die das Kraut der Armen rauchten und etwas vom Unbeschreiblichen stammelten. Ich sehe ihn noch, meinen Heimkehrer, wie er ratlos durch die Wohnung seiner Eltern ging, mit dem einen Satz im Mund, »So lebt ihr also!« »So lebt ihr also!« Und nichts hielt stand. Das Zimmer im Grand Hotel ist riesig, aber ausgestattet mit zwei Feldbetten. Jetzt habe ich darauf die neueren Bücher ausgebreitet, auf deren Cover man fast immer Frauen in der Burka sieht. Offenbar erkennt man Afghanistan nur an plissierten Ganzkörperschleiern, Panzerwracks und Reiterspielen. Wenn man das Fremde so betont, werden die Identifikationswege länger. Ich lese über Hippies, Taliban und Warlords, über Pashtunen, Tajiken, Usbeken und turkmenische Nomaden. Es fallen Namen wie Salangpas und Panjshirtal. Historische Reisende bewegten sich auf den legendären Grenzfluss im Norden, den Oxus, zu. Zeitgenössische waren bei den gesprengten Buddha-Statuen in Bamiang. Eine Gewürzmischung aus Namen. Andere rekapitulieren die Außenpolitik Englands, Russlands, der USA, auch die Pakistans und des Iran gegenüber Afghanistan. Eigentlich eine Militärpolitik. Denn teils unwissend, teils skrupellos machten die weltpolitischen Akteure aus dem Land, dem historischen Lebensraum, eine strategische Größe. Zur gleichen Zeit blicken die literarischen Reisenden mit schwärmerischen Augen in eine Vergangenheit, von der gesprochen wird wie vom verlorenen Paradies. Bei Bruce Chetwin klingt das noch im Rückblick von 1980 so. 1962, sechs Jahre bevor die Hippies das Land ruinierten, indem sie gebildete Afghanen den Marxisten in die Arme trieben, konnte man mit der Vorfreude etwa eines Delacroix aufbrechen, der nach Algerien reist. In Herat sah man Männer Hand in Hand daher schlendern, Toban Berger auf dem Kopf, eine Rose im Mund, das Gewehr in bunten Schins gehüllt. In Badakschan konnte man auf chinesischen Teppichen picknicken und der Nachtigall lauschen. Die politischen Strategen und die literarischen Reisenden, sie unterwarfen sich nicht dasselbe Land. Sie unterwarfen es gar nicht. Es gab nur Scheitern. Militärisch an der Guerilla-Mentalität, ästhetisch am Eratischen des Landes. Die Beteiligten wissen es. Militärische und literarische Aussagen über die Unfähigkeit, Afghanistan gewachsen zu sein, klingen verwandt. Kapitulationen, wohin man blickt. Am glücklichsten verkörperte sich mir das Land in Nadia, der ich vor 15 Jahren am Rande eines Dokumentarfilmfestivals begegnete. Groß, mit schwarz gezeichneten Brauen und Wimpern, dichtem Haar, gehüllt in bunte Tücher, mehr noch in ihr Charisma, ihre Vergangenheit, stand sie da, eine Erscheinung. Man konnte sehen, wie sie durch ihre Anwesenheit die Umstehenden verunsicherte. Wie redet man mit so einer? Jede Reise, die man beschreibt, beginnt mit der Frage, wo war ich? Im Doppelsinn, wo wurde der Erzählfaden des alltäglichen Lebens unterbrochen und wie findet man heraus, wo man wirklich war? Es beginnt mit der Erkundung dieses einen, unverwechselbaren, charaktervollen Landes. Es endet mit der allgemeineren Frage danach, wie sich Menschen überhaupt an Orten befestigen, wo sie den Eingang in die Fremde suchen. Der Maler Odelon Redon schwärmte in seinem Selbstbekenntnis von einer Zeit, in der die Menschen nur noch aus Bewunderung oder Mitgefühl in ein anderes Land eindringen würden. Afghanistan hat in den letzten 30 Jahren nicht viele solcher Eindringlinge erlebt. Vielmehr haben 4 Millionen exzellenten Afghanistan als blaue Blume in die Welt getragen. Überall lebt dieses Land in einer Sphäre des Heimwehs. Es war einmal, oder nicht? So beginnen die afghanischen Märchen. Es war einmal diese legendäre Stadt Kabul, wo eine Boheme entstand, in der die Frauen Miniröcke trugen und die uralte Kultur sich durchlässig zeigte für die Jüngste. Afghanistan und Anarchie. Er blickt der Reisende von Süden kommend Kabul, schrieb Nicolas Bouvier, seinen Pattelgürtel, seine malvenfarbenen Berge, auf denen eine dünne Schneeschicht dampft, und die Papiertrachen, die im Herbsthimmel über dem Bazar flattern, ist er davon überzeugt, am Ende der Welt angekommen zu sein. Doch er hat im Gegenteil deren Zentrum erreicht. Oder nicht? Bilder umschwärmt von Bildern. Ich war noch in Locarno. Der Taxifahrer auf dem Weg zum Flughafen verfährt sich. Ich bin nicht so der Hotel- und Flughafentyp. Ich habe mich eher auf die Behinderten und die Omas spezialisiert. Rot geht die Sonne unter. Sieht das schön aus, entfährt es mir. Ja, erwidert der Fahrer. Danke. Er sagt das, als gehöre die Sonne zur Innenausstattung des Wagens. Und ihre Fluglinie? Ab Dubai mit der Ariana. Die Never-Come-Back-Linie? rutscht es der Dame am Schalter für den Zubringerflug heraus. Mit der würde ich ja nicht fliegen. Es scheint, als seien selbst die Luftwege nach Kabul Schotterpisten. Wohin reist du? In einen Blick. Wo willst du ankommen? In einem Blick. Was siehst du? Was treibt dich? Das Bild eines Kopfes, der sich auf einem Arm ablegt. Das Bild einer schmalen, abgearbeiteten Hand, die dem Tee reicht. Ein Gelächter, unterlegt mit dem Geräuschen von Autohupen, kaltblasende Klimaanlagen, kleine Rumräusche, lange, bunte Fingernägel. Eine Grabbelkiste der Stereotypen. Wohin reist du? Aus dem Warten hinaus an das Ende aller Interimszustände, in ein Schweigen der Schlagzeilen und Slogans hinein. In die selbstständige Bewegung, dem geborgten Selbstverlust, einem anderen Zeitgefühl entgegen. Im Streulicht der Frankfurter Wartehalle für die arabische Welt politisierende Orientalen, alte Mütterchen, die ganze Kulturräume mit sich schleppen, Rückkehrer mit vollen Aldi-Tüten, Exzellanten mit Mangelwaren, einer riesigen Baumschere, einem Vogelbauer, dazwischen ein Mädchen auf Krücken frisch operiert, auch deutsche Polizisten und Ausbilder, auch Trauernde, die einen Sarg in die Heimat überführen. Dazwischen windige, europäisierte Afghanen und Perser, die sich Vermittler nennen, silbermetallige Import-Export-Schriftzüge auf ihren Visitenkarten haben und flüstern, wenn sie meine Dienste brauchen. In Kabul nehmen sie sich einen Pashtunen als Dolmetscher, alle anderen lügen oder sind vom Geheimdienst. Die Schlange stottert voran auf Attraction zu, der Werbung für The New Fragrance for Women, auf der Rückseite ein Fahndungsplakat für arabische Terroristen. Einige von ihnen wurden schon mit rotem Filzstift ausgestrichen. Dann haben wir das Land verlassen. Um wo anzukommen? Ich versuche mich zu erinnern. Nadja trägt einen roten Gaseschleier, den sie um den Kopf gebunden hat als Referenz an das Land, das kommt. Sie sieht prachtvoll aus, Opulenz in festlichen Farben. Auch ihr Make-up ist bereits afghanisch mit breitem schwarzem Lidstrich und ich fühle mich schon jetzt befangen, als ich sie zur Begrüßung in den Arm nehmen will. Immerhin sitzen voll verschleierte Frauen da, Ehefrauen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vermutlich, Shopping-Victims unter Kutten. Aber Christian, der Fotograf, begrüßt sie nicht anders und Nadja ist heiter und leicht hin, ein Käffchen noch, dazu ein paar mit Hagelzucker bestreute Trüffel, die sie in einer roten herzförmigen Schachtel reicht. Wir reisen in ein Land, das am selben Tag wie Deutschland gewählt und kein größeres Chaos dabei produziert hat, als das unsere. Die endgültigen Wahlergebnisse aus Kabul sind noch nicht da, werden aber täglich erwartet. In Deutschland tritt Franz Müntefering als Parteivorsitzender zurück, mit dem stoischen Gesicht einer erzgebirgischen Weihnachtsfigur. Lobbyisten, wohin man sieht, Ständevertreter, Interessenverteidiger, Pressuregroups, zu beobachten beim Beschriften ihrer Stammesinteressen mit dem Signum Deutschland. Immer geht es um unser Land. Eine Kampagne mit dem Slogan Du bist Afghanistan? Niemand käme auf die Idee. Du Analphabet, du Witwe, du Krüppel, du Mörder, du Krieger, du Drogenbauer, du Burka-tragende Bettlerin, du Gestörter, du Exilant, du Ex-Häftling, du Obdachloser, du Straßenkind, ihr Elenden, ihr alle sollt nicht Afghanistan sein und seid es doch. Aber wer würde die sogenannte Identität eines Landes durch die bestimmen wollen, die an ihm gescheitert sind? Vor uns liegt ein Nachkriegsland voller furchtbarer innerer und äußerer Verwüstungen. Es könnte genauso gut ein Vorkriegsland sein. Wir reisen zwischen die ausgekühlten Panzer aus 25 Jahren in die Ruinen der letzten US-Bombardierungen, in eine vermiente Hauptstadt, in das Land der Geiselnahmen und Heckenschützen. Ich bin noch nicht da, doch nach Gesprächen mit deutschen Soldaten und Geschäftsleuten, mit afghanischen Beamten und Exilierten im Flughafen und in der Ariana-Maschine ist der erste Eindruck, jeder hat dasselbe Deutschland, jeder ein anderes Afghanistan. Im Bordfernsehen lacht Amanda Peet, das breite Lachen der Southern Belle. Eigentlich bloß eine konventionelle Komödie mit ein paar lichten Momenten, doch nicht sie, sondern die Effekte ritzen das Bewusstsein. Ich betrachte das Land unter mir jetzt in Cinemascope, während vor mir Amanda Peet jetzt nackt. und bis zum nächsten Mal. vor mir die Zuhörer mit sehr sehr und bist die und die die Vielen Dank.